Hey Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, zu einem neuen ASMR-Video von mir. Und heute habe ich mal für euch was ganz ganz anderes, nämlich ein einstündiges Video. Das mache ich jetzt zum ersten Mal, das hatten sich mal welche gewünscht. Das ist ein Video aus alten und neuen Videos, ein bisschen zusammengeschnitten. Also viel Spaß damit, schaut doch gerne auf Spotify, Apple Music und alles vorbei. Dort heiße ich ASMR Justin, der Link dazu ist in der Beschreibung. Und eine gute Nacht wünsche ich euch, oder einen schönen Tag noch. Und let's go mit diesem Video. Viel Spaß. Als erstes habe ich hier ein Parfüm. Das hier. Ich finde die Farbe auch mega nice. Bisschen gelblich. Bisschen gelblich. so schluck oder schluck Dann würde ich sagen, wechseln wir den Trigger direkt. Dann nehmen wir jetzt mal, nehmen wir das hier, das ist Salz. Diesen Trigger hatte mir meine Mutter gegeben. Props gehen raus. Und dann können wir eins auf den Knoten nehmen, dann sagen wir sie für sie. Es ist eins. blablabla 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 blablab schreie Okay, als nächstes machen wir etwas Handy-Tapping, 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 ein bisschen Handy-Tapping, 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 Handy-Tapping. Handy-Tapping, Handy-Tapping, Handy-Tapping. Handy-Tapping, 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 Handy-T so 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 gut, 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 gut. Okay, jetzt machen wir, als viele immer wollen, ein paar Mouth-Sounds. Mit Rolly natürlich, mit Rolly. Wer ihn nicht kennt, das ist Rolly. Merkt euch den Namen Rolly. So heißt er bei uns in der Community. So haben wir ihn benannt in den Livestreams. Den werden wir gleich auch noch benutzen. Sonst wäre er ein bisschen alone und das wollen wir ja nicht. Und jetzt, für Spaß, erstmal ein paar normale Mouth-Sounds ohne Rolly. Okay, so iso. Okay. Okay. Schmerz Das ist so schön. Jetzt benutzen wir einfach mal Rolly an der Stelle. Und jetzt wird es so gut, gut, gut. es geht 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 Kuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuckuck Schlafe, 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 schlafe. Schlafe, schlafe, schlafe. Das legen wir mal weg und nochmal weiter. Mit dem nächsten, Entschuldigung. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal den Ball hier, den hat mir mal den Livestreams benutzt. Ich glaube, das ist das erste Video, was jetzt mit diesem Ball kommt. Weil in den Livestreams ist er sehr gut angekommen. Kann man sehr gut drauf Tapping machen. Tapping, 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 tapping. Tapping, tapping, tapping. Tapping, 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 das ist sehr gut drauf. Tapping, tapping, tapping. Oder den Ball zusammen drücken, das geht auch sehr gut. Tapping, tapping, tapping. 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 Blutblutblutblut Bende w adorable Bende w adorable O2 A��ิ A'll extra Bende it O2 Ich habe einen kleinen Schmuck mit einem Schmuck mit einem Schmuck. Perfekt Gut, dann haben wir als nächstes einmal das hier, ich weiß nicht genau was, das ist irgendwas für die Pflege, da kann man ganz gut, ganz gut. Tapping darf man auch, glas tapping. Dic 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 T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.R. Oh, das ist ein ganzes Geräusch, das ist ein Geräusch, das ist ein Geräusch. Das ist ein Geräusch, das ist ein Geräusch. Das ist ein Geräusch. Das ist ein Geräusch. Gut, das haben wir auch. Dann machen wir den einfach mal. Riechst du das wirklich gut? Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Puh, 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 Puh. Puh, 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 Puh. Puh, 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 Puh. Auf jeden Fall riechen du das sehr, sehr gut. Fiege ich mega. Welchen Milenäuse? Was ist das denn überhaupt? Brombeere, Waldfrüchte und Waldfrüchte. Brombeere, das ist ja wild. gut, gut, gut gut, gut gut, 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 gut gut, 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 gut stupid, stupid, stupid stupid, stupid, stupid gut, 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 gut gut, gut, gut gut, 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 gut Perfekt. So, ich habe mir jetzt noch einmal hier ein Holzstück rausgesucht, weil in den Streams öfter mal gefragt haben, ob ich Holz da habe zum drauf tappen. Weil relativ viele sagen, das klingt gut. Ich habe das noch nie gemacht jetzt. Zum ersten Mal. Da kommen wir los. Von der Duftkerze, das war drauf, das habe ich mir einfach weggenommen. Wir schauen einfach mal, wie das klingt. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. So, klingt gut, klingt gut, klingt gut, klingt gut. Yes. Wir brauchen noch hier, dass wir uns in den Streams up Carrac oxidation haben. Wir brauchen nochmal hier. Und dann sehen wir uns heute Ainbremowa. Da muss ich gerade in die Vmd-Wиль Keuraden machen. Bis zum ersten Mal. Ich habe den agua ein Tax an. Der Haubeور C fiel. Oh, ich bin alle schlechten. Wann werfen Sie? Ich habe mich nicht mehr auf den Kopf gemacht, aber ich habe mich nicht mehr auf den Kopf gemacht. gut so Freunde das war es jetzt von diesem neuen ASMR Video ich hoffe dir oder euch hat das ganze gefallen jetzt wünsche ich eine gute Nacht, schön Tag euch noch wann auch immer ihr das Video sehen werdet schönen Morgen und ja haut rein und bis zum nächsten Video haut rein und ciao 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 peace servus Freunde herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen ASMR Video heute habe ich für euch sehr viele neue coole Trigger sowas wie Knete und so weiter werdet ihr gleich mitkriegen ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video vergesst nicht ein Like da zu lassen Daumen nach oben und ein Abo Glocke aktivieren falls ihr nichts verpassen wollt und jetzt ab zum Video viel Spaß damit als erstes haben wir hier die erste Knete auch sehr gutes Tapping drauf dazu hier. Ich würde sagen, holen wir das Ganze mal raus. Okay, zack. Hier haben wir das Ganze drin. Ich hole das mal direkt raus hier. So. Hier haben wir diese Knöte. Die kann man auch gut aufs Mikro tun. Zeig ich euch gleich mal. Ich muss dir wissen. So. So, jetzt. So. So. Ich finde die Knöte immer sehr, sehr cool. So. So. Vielen Dank. 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 Bitte ein bisschen sauber machen. Ein bisschen sauber machen. Okay. Okay. Hier noch. Okay. Perfekt. Das war auf jeden Fall. Das erste, dann packen wir das mal hier wieder ein. So, Deckel drauf. Deckel drauf. Deckel drauf. Da haben wir das, da haben wir das, da haben wir das hier. Die kann man an. Die kann man anpacken lassen. Die kann man anpacken lassen. Das ist das, da haben wir das in Italien. Das in Italien. Hier ist das hier. Und dann hat der schönes. Tja. Und dann können wir das. Und dann geht's. Das ist ja. Und dann geht's. Ich schreibe die Schmerzen Ich muss aber ein bisschen weiter weg gehen, weil die relativ laut sind, deswegen nicht voneinander. Ich muss aber ein bisschen weiter weg gehen. Ich muss aber ein bisschen weiter weg gehen. Okay, das war's jetzt von dem Trigger. Jetzt haben wir hier, das habe ich mir nämlich letztens erst gekauft, den Puschel hier, da ich den noch nicht hatte und den jetzt einfach mal gekauft habe. Zum Beispiel für Outdoor-Videos, den werde ich jetzt mal schnell drauf tun. Round, round, round. Round, round. Round, round, round. Round, round, round. Dingle, 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 dingle. tickt, tickt, tickt sleep schlaf 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 Sleep 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 Sle Vielen Dank. Vielen Dank. Das war es jetzt von diesem neuen ASMR-Video. Ich hoffe, dir hat das ganze Video gefallen. Schlaf gut. Träum schön. Hab einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann bei einem neuen Video von mir. Haut rein. Und... Ciao, ciao. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.